Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe The Evil Within und im letzten Part haben wir das ja nicht geschafft von diesem Drecksmonster da abzuhauen und diesmal habe ich es geschafft nach langen Versuchen, und zwar ungefähr 10 wenn nicht mehr Versuche, dass wir es geschafft haben ich habe es folgendermaßen geschafft, ich habe mich diesmal also ich bin schnell hingerannt, die war wieder mal aus der Puste und dann habe ich das halt aktiviert und da bin ich nach rechts um die Ecke gegangen, wo halt noch normaler Schatten war nichts rotes, weil bei rotes kann die plötzlich nicht mehr rennen weil das angeblich blendet und da bin ich dann halt geschlichen und die hat mich dann halt gesucht und dann bin ich halt da sitzen geblieben und die ist dann halt auch nach rechts gegangen und in der Zwischenzeit ging da halt die Tür auf da bin ich halt zum Fahrschul ist es glaube ich hingerannt und dann stand ich da plötzlich und dann dachte ich, dass sie mich packt aber ich bin dann rechtzeitig in den Fahrschul reingerannt und jetzt bin ich halt da, wo ich wieder auf den Aufnahmebutton gedrückt habe so das sehen wir dann wieder und ich ja das hoffe ich auch nein was zum nein 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 oh man ist das weg ach toll hier ich werde Taschlampen wieder haben da kann ich überhaupt nichts ab hat keine Arme aber hier regnet es Blut hauptsache wir werden hier vom Blut geduscht das nicht so ich war ich werde das nicht das kann nur das kann ist meine Das wird immer schwieriger. Ehrlich, du ahnst es nicht. Meine Güte. Was? Ah, ein Selbstmordattentäter. Kann das mir nicht einer mal vorher sagen? Ich dachte, der hat explodieren. Aber wie bringe ich die zum Explosion? Warum hat die Frau hier keine Waffe? Was? Man, ne, da könnte ich die nämlich anschießen. Da könnte ich die nämlich anschießen und dann würde die explodieren. Ne, jetzt sofort, aber... Hopp! Flieg in die Luft! Attentäter! Mach! Hinne! Nicht bei mir! Oh, du hässliche Eigengeweide! Das kann einfach nicht angehen, weißt du? Fliegt da mal in die Luft, wo die andere... ...Leute sind? Nicht immer bei mir, du Dödl... ...Dödl-Heini! Du rechne es aus, Wannhoff, ey! Du rechne es aus, Wannhoff, ey! Du rechne es aus, Wannhoff, ey! Ich hab eine Lust mehr! Ich hab noch Lust, klar! Aber letztlich ist hier so ne Scheiße passiert! Ist doch scheiße! Flieg in die Luft, du Missgeburt! Nein! Gehen! Oh yes, wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das hier? Überall Eingeweide, Blut und Gedärme und was steht hier? C299, jo. Ganz da oben waren wir. Ich betone auch waren. Ich glaube mal hier im Kreis, vielleicht finden wir hier was. Eine Knarre? Ich glaube es nicht. Wir haben zwar eine Axt, aber die Axt können wir nur von hinten verwenden. Ne, hier ist nichts mehr. Oh nö. Oh nö, war da. Ich will hell. Jetzt muss ich hier drücken wie eine Wildsau. Und jetzt öffnet sich das Tor. Und das ist Ruvik. Wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Er ist nebenan. Kommen Sie. Sehen Sie selbst. Je, ich krieg ne Lampe wieder. I'm so happy. Oh nein, das ist... Oh nein, das ist... Drecksvieh. Wieder hier... Soll ja wegbleiben, ey. Ich raste aus. Oh. Hell. Es ist hell. Ich weiß nicht, ob ich kann nichts machen. Da ist wieder ein Laptor... Äh. Tresor. Ähm. Nee, warte mir. Wie löse ich das denn? Ah. Nein. Nein! Oh, das zweite. Also ich dachte, ich hätte wieder ins Übersprung oder so. Aber da hat man ja Glück gehabt. Ich dachte, hier steht einer. Ich habe nämlich gerade den Kopf gesehen, aber ich weiß es nicht, ob der wirklich ein Kopf war oder ob es nur eine Einbildung war. Das kann ich leider nicht sagen. Und jetzt? So, treibische Runde. Ich bin auch gespannt, ob wir auf Yosef wieder treffen. Oh. Entschuldigung. Okay, wir müssen gleich irgendwo... Warte mal. Das ist abscheulich! Was ist das für ein Monstrum? Abscheulich? Und das von dem Mann, der seine Patienten für seine Forschung missbraucht hat? Die Ironie des Ganzen ist amüsant. Denn offensichtlich war Ihre Forschung erfolgreich. Das heißt, STEM funktioniert. Weitere Experimente sind möglich. Und wir brauchen... ...mehr denn je Ihre Hilfe. Dieses ganze Projekt... ...von Anfang an war es eine einzige Täuschung. Ja, Schätzelein... Was? Wenn ich jetzt hier hingehe... Hä? Was soll das so bedeuten? So sind alle... Warte mal. Wir lassen mich mal umgucken, ne? Also hier sind überall Skizzen vom menschlichen... Äh, vom männlichen hier. Vom menschlichen Körper. Okay. Also das ist wie, sag ich mal, ähm, der schwarze Stift, schwarz, ähm, schwarzes Licht. Oder nennt man das so? Oder grünlicht. Ich weiß jetzt nicht, wie man das jetzt nennt. Auf jeden Fall... Da sind ja alle Kästchen da, aber ich will was anderes sehen. Kann man... ...dahinter gucken. Dahinter ist nix, ne? Ne, dahinten ist nix. Es ist einfach so mit der Tafel verbunden, dass es aussehen würde. Das würde jetzt dazugehören. Also es gehört dazu, aber nicht, dass hinter dem Ding noch was ist. Sesam. So, unten nur auf der ersten Dings zwei. Also. So, das erste haben wir. Dann direkt drei und dann so, äh, zwei. Drei. Also hier. Uno, dos, tres. Dann das und das da. Habe ich das richtig. Warten mal. Mhh. Mhh. Drei. Und dann so drei. Das wäre dann ab hier. Eins, zwei, drei. Sesam öffne dich. Yeah. Ja. Das wäre dementsprechend auch schwieriger, wenn wir das ohne Hilfe, ähm, öffnen müssten. So, das Licht flackert da hinten. Wir haben... Okay, wir haben noch vier Minuten auf die 20. Wir waren schon mal hier und da war es sowas von dunkel. Da dachte ich, oh je. Hier sehen Sie einen der ersten STEM-Prototypen. Es benötigt eine physische Verbindung zwischen Nutzer und Wirt. Aber in Beacon gibt es eine neuere Version, mit Funktransmitter. Der Nutzer hört nur ein helles Pfeifen, dann steht die Verbindung. Wir wissen, dass Jimenez unerlaubte Tests durchführen will. Aber die Tests sollen nach unseren Maßgaben laufen. Nicht seine. Das Geräusch im Streifenwagen, da muss Jimenez es aktiviert haben. Joseph, Sebastian, Oscar. Sie wurden mit mir reingezogen. Der Stamon Beacon. Dort hat alles angefangen. Also muss es dort auch einen Weg aus dieser Welt heraus geben. Der Typ, der ist hier wahrscheinlich von den Kabeln erschlagen worden. Von der Kraft, was da durchgeflossen ist und so. Aber das freut mich, dass wir einen Taschelatz haben. Taschellampe. Weil, ähm, mit dem Grünlicht, das war vielleicht, ach toll. Haben wir es noch gar nicht mehr, auch schön. Äh, äh, was? Ach, hier sind wir. Wir waren ganz da oben, wo wir mit Sebastian nie waren. Ja, und jetzt? Müssen wir echt hier raus? Naja, ich geh hier raus. Nein. Es gibt hier Dinge, die im Dunkeln bleiben sollen. Vor allem für Sie, Kit. Sie stellen zu viele Fragen, ignorieren Ihre Mission. Drücken sich vor Verantwortung. So wie Sie das immer tun. Nein, das stimmt nicht. Sie kennen mich nicht. Das ist offensichtlich. Doch wir müssen sicher gehen, dass Sie Ihre Aufgabe erfüllen. Sie lügen mich an. Verheimlichen Dinge. Ich kann Ihnen nicht trauen. Nicht so. Sie müssen uns gar nicht trauen. Nur gehorchen. Aber Hauptsache, ihr vertraut mir, oder was ist los? Was ist ein Penner? Greift er mich an? Sag ich ja, ich brauche eine Knarre. Ah. Überall Blut. Und die Katze ist wieder da. Toll. Die Katze ist Verlass. Auf die Katze ist Verlass. Das ist gut. Oh, die Party ist auch zu Ende. Stunde 18 schon. So. Dann sage ich schon mal Dankeschön fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Beim Horror Game. The Evil Within. The Consequence. Ciao.